Hallo zusammen, ich habe mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet. Ich habe ja vor knapp zwei Wochen in Aserbaidschan meinen dritten Sieg eingefahren. Das habt ihr, glaube ich, hoffentlich alle mitbekommen. Und ich bin dann erst mal drei Tage in den Urlaub gegangen, habe alles versucht ein bisschen sacken zu lassen. Ich kann es eigentlich immer noch nicht selbst glauben, wie schnell das jetzt dann doch alles ging von der Pro-Golf-Tour.